Hallo Freunde, viele von euch kennen sicher schon die Schleckermäuler von Holy. Mit denen habe ich mich jetzt die letzten Tage sehr intensiv ausgetauscht und wir sind uns gegenseitig ganz sympathisch und haben beschlossen ab sofort Partner zu sein im Kampf gegen Telefonbetrug und auf der Suche nach Menschen, die gerne richtig geilen Energydrink und super leckeren Eistee mögen. Ich habe mich da mal durchs Sortiment probiert, habe die Zusage bekommen, dass ich so sprechen kann, wie mir die freche Schnauze gewachsen ist und darum stelle ich euch das Ganze heute einfach mal vor. Die Jungs und Mädels von Holy, die sitzen so start-up-mäßig in Berlin und verbringen den lieben langen Tag damit, fruchtig frische Energydrinks und geschmacksexplosiven Eistee zusammenzubrauen. Und zwar ohne Tetrapack, Tüten oder Dosen heimschleppen, sondern eben hier, so wie ihr das sehen könnt, hier mit Tüten oder bei den größeren Geschichten mit Portionslöffeln, eben einfach zum selber anrühren und zum eiskalt genießen. Drei Eiswürfel in den Shaker, das Pulver drüber, halber Liter Wasser, zweimal schütteln und boah, bombenlecker. Das Besondere bei der Nummer ist, hier gibt es keinerlei Zucker, auch kein Aspartam und kein Taurin. Natürliches Koffein, vernünftige Zuckerersatzstoffe, daher keine Kalorien, kein Dosen schleppen und all den ganzen anderen Quatsch. Praktischerweise bei all den Vorzügen. Das Ganze ist sogar noch deutlich günstiger, als wenn du im Supermarkt kaufst. Ich habe euch hier mal einen rausgesucht. Das ist so eine 50er-Dose von Energy. Hammergeil hier mit Kokos und Blaubeere. Persönlich einer meiner Lieblinge mit sehr intensivem Geschmack, wie ihr hier sehen könnt. Kostet euch der halbe Liter 80 Cent. Du zahlst für die billigste Eigenmarke vom Supermarkt, zahlst du das schon für eine 0,3 Liter Dose und da wissen wir alle, was drin ist. Seien wir ehrlich, ich habe auch viel zu viel von dem Zeug getrunken, aber ich habe jetzt echt eine tolle Alternative. Und zwar mit echtem harmonischen Geschmack und nicht mit klebriger Schnauze und Zuckerschock hinterher. Ich freue mich über deutlich weniger Müll und muss nicht mehr zusehen, dass ich die ganzen Pfanddosen zurückschleppe. Ich finde, das ist echt eine tolle Alternative zum Mainstream und passt aber auch irgendwie perfekt zur Community und auch irgendwie zu mir. Das ist rebellisch, das Zeug ist lecker und kann eben wirklich von sich behaupten, es ist ziegend geprüft. Ich meine, wer kann das schon sagen? Wenn ihr jetzt sagt, ja, das kann ich mir durchaus mal vorstellen, gibt es hier dieses schicke Probierpaket mit einer Ladung Energies, das sind diese rechteckigen Tütchen und hier mit Eisteter, das sind diese länglichen Tüten mit insgesamt eben zwölf verschiedenen Geschmacksrichtungen und Gratisversand einfach mal zum Reinschnuppern, zum Probieren. Ich selber finde die Citrus Cobra hammergeil, du hast Ewigkeiten diesen hammergeilen Limette Zitrone Geschmack im Mund. Und mit meinem Code spart ihr nochmal 5 Euro, der Code ist unten im angepinnten Kommentar und entweder löst ihr den ein, sagt ich spare oder ihr gönnt euch dafür noch einen Shaker, weil man muss den ganzen Kram ja auch zubereiten. Ja, guckt euch das mal an und wer dann auf den Geschmack gekommen ist, der kann mir und dem Kanal was Gutes tun und über den einzigartigen Ziegenlink bestellen. Ich freue mich, hoffe euch schmeckt's und bin auf euer Feedback gespannt, Freunde. Wir hören uns.